Frag mir, ach frag mir, ob ich gestartet habe, äh, Pump habe ich selber nicht. Da liegt eine Pump, wenn man vom Teufel redet. Ernstlich, Bro. Frag mir mal mit Ali, ob ich gestartet habe. Okay. Ich hoffe nicht, Spaß. Ja. Darf ich? Egal, egal, egal. Zehn Fissen. Ich weiß alles mal was willst. Hab ich gestartet? Er hat ein Handy gefunden. Hier liegt der Tag, ne? Wenn jemand braucht. Ich kriege halbe, ne? Gib mir Schatzkissen. Ja, la, halt. Hier, der Tag. Danke. Wo ist sie? Bra. Zeig, komm. Danke, ich hab jump, danke, ich hab jump it. Komm. Scheiße. Sorry, Bro, aber ich wollte, ich wollte dich unbedingt pranken mit dem Livestream. Das ist doch ein Schatzkissig, Andy, Bro. Ich hab jetzt wirklich jump it. Hast du meds? Ich hab keine meds ohne Sprache. Nein! Ich... Ich komm eh nach unten, chill, Bro. Das ist doch ein Schatzkissig, Bro. Das ist doch ein Schatzkissig, Bro. Das ist doch ein Schatzkissig. Ich bin sauer, Mann. Ey, Adam, Adam guckt dir zu, ne? Oder? Das ist doch ein Schatzkissig. Das ist doch ein Schatzkissig. ich will das geht mal meines näher jünger zu zu von mir jetzt antwort ist alle will nicht dann wenn ich da fick ich dich normal ja bro ehrenmann ich hab die glocke aktiv er aktiv also blog aktiv wird natürlich mit abstand geschrieben die sohn fack oha ja gerade was im somit ich weiß ja was so hallo er guckt mir mal mit Ali zu auch Livestream ja komm zu uns du bist alter ja geh erst mal so und dann sag mir was bitte was hast du gegessen? was ist Ducky? Ducky sorry ne? sorry bro ich weiß mal mit Ali Spaß mal mit Ali du weißt doch du Hammer wie der alter ja beide kein Leben hast du noch Jagger? schaffe ich das noch? komm inshallah komm Ducky mach kein Ogel hier sind sogar hier sind sogar hier sind Gegner Ducky gönn bitte gönn doch Leute du kannst keine Ruhe an so gönn ey ich schaff das easy das ist easy komm her Tricksalum brauchst du keine Ska? pass auf die Gegner vielleicht da ist schuldig schuldig sie sind mitten in der Zone da hinten da egal lass es los lass einfach so diesen unter uns die sind unter uns zahlen der ist hier der die sind Sohn! Okay, gut. Warum soll ich ein Sturmgewehr? Ja. Ich weiß. Danke, dass du gleich das hast. Was? Das geht aber knapp, ne? Danke, guck jetzt! Hä, wie die sind nicht drauf? Okay, aber wir sollen... Was? Was? Aber die ersten zwei, die ersten zwei, Digga! Ja, und gerade eben die auch ersten zwei. Ich schwöre sogar. Ich hab grad... Ey, Junge, du kapierst. Egal. Du guckst mir nicht mal zu, Junge! Guck den Livestream! Ja, er ist jetzt! Ja, ey, Bot! Ja, ey, Bot! Äh... Ja, ich kann ja nicht gucken, wo ich bin, Alter! Ja, ich bin tot, Alter! Ja, ich bin tot, Alter! Ja, nice, Digga! Ich bin tot! Guck mir, Alter! Ein Small Ducky! Ich hab gleich da bekommen! Was hab ich jetzt bekommen? Rachel. So nice. Ey, warte! Sag mal, er kann sich eine Spitzhacke aussuchen, wenn ich es nehmen soll. Ja, ja. Welche bitte? Was? Ja, ne? Mega, Digga! Ich würd's dir sagen, ist mein Internet kaputt oder als das eins? Welches ge... Welches bin... Welche will der? Wie sieht die aus? Die? Die? Die hier? Frag du auch wieder die hier? Okay, für den, komm! Warte, Jungs! Ich komm gleich! Ich komm gleich! Warte, Jungs! Ich komm gleich! Hallo? Okay! Gefällt dir das? Warte, was gefällt dir das hier? War mit Ali? Ist das gut so? Ein... Schach sie nicht, ich bitte zeige aber für den mache ich das gern. Komm ja. Die hier. Hallo! chasse ich war chasse ich war alles über vier ende mache ich das wie war mit adi wächst immer ihre name da unten rechts steht alter das kann ich dafür seit städter ja bitte dicker bitte keine bocke guck lass schweb sagen weil du bist du bist immer wieder oder ja gut das macht okay da siehst du das er könnte dachte untersehen oder da der akkord wird mit c geschrieben und zwei mal aber ist echt schnell ja die hier und die hier ja genau so oder hast du nur bock zu sterben spaß er denkt so zahle hat du eine was sie bist du noch zwei worte bräuchte ich hole mir kurz das leipo einmal das hatte ich sie geht da da hinten da zeige ich da aber der schwarze ritter der buch habe ich habe ich gesagt jungs ich bin sehr gute vorbild macht das das jetzt mal man hätte ich es neigt ich gehe von hinten als von rechts zu sagen legt die abweg die ab und schlur ist so die sind da ich habe auch einen finde ich alle so so Okay. 4? 4 was? Ja, komm her. Schön. Habt ihr Salper-Muni? Sal, wie viel Leben hast du? 6 HP? Tschüss, Alter. Ey, das ist Schatzkarte. Ja, nimm die, komm. Ich hab' Juppet, hier, ich hab' zwei. Ich hab' nicht so viel Leben, würd' ich jetzt nicht zu der Schatzkarte gehen. He, Adam schreibt stark. Ähm, Moment, die gar nicht verwechselt, die nahe wegen Ed, weil das Ding steht. Auf den Tisch legen, schon als Herr Keebel. du bist auch der bereich nicht geben ob man das zeug ja gebe jetzt habe ich es geschafft mit allen die habe ich gerade mit allen gesagt so habe ich halt mal mit mormitt gesagt also mal mit ali ok kommt ich gehe weg ich gehe weg vieles gas nimmt doch gestörter peach ich habe gesagt leute chillt die sonnenbrille schützt mich von dachges hessigkeit spaß leute immer mit ali wenn sie das jetzt hatte weil sie sagt war leise ist das springt bei die ganze zeit auf die hört man so ein wind richtig starken wend hast du das dicke was hat man gehört die gesteigte die ganze zeit was ist das nicht so wendet flasht oder spaß 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 für die sprüge hier ist es ein paar endlich die ganze zeit nur zwei paus noch ein bisschen die dackey können wir brauchst du kurz irgendwann der auf der ganzen welt und hier ist noch ein blauer pump für ein leisten was zu zahlen sagen weil der turist ihr könnt ihr als dackey schatzkarte kannst du mit dem ich glaube die 100 ok 99 99 reicht auch oder bis dahin bis dahin aber reich nicht jeweils liegt der maschinenpistole kann ich an erkennen die lacht schwarz hätte das jetzt hätte das hat sie das heim springer zeit hier rum ich habe ja ja aber bedenken sollte ein triff sein wir machen und nicht ein bisschen auch ein visierter herr weise über die kürzer gibt es manchmal hier ist blauer aber auch keiner braucht ja deswegen geht nicht mit ihr auch wenn ich mir die nicht zwei was jetzt geht hier und fall der mensch ich liebe dich bei der mensch körper ich weiß es ist heute alle neben hier wie geht es mir geht es gut und hier nein kommt so ein jungs zahl warte ich gehe gleich jetzt erst noch geht hier dann kannst du sehen engel gleiter mir geht es gut und hier mit alle kickel egal oder oder körperder gesteckt nein sohn 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 was ist ok er macht doch nicht an macht doch nicht an warte oder mach ankommen er ist auch ehrenloser 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 scheiß ehren scheiß ehrenloser bastard bahn hey mensch nigger ich verlasse jetzt tschüss spaß hallo lustig ne lach ich nein also spaß hallo nein hä siehst du den gegner warte hoher von aufgaben dem gegner ja wo ich 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 nicht nicht beleidigen wir es ist ein freund da sei denn leise da kima ich bin so schlecht ich glaube sogar ich gehe gleich auf ich bin das mal creative kein bock mehr jungs ich laske kreativ warte, ey, äh, der wird spitze geschenk nehmen die hier oder sind sie schreibt ja man mit ali solch sense oder eisbrächer okay es haben guckt jetzt in mensch bin okay guck auf video siehst du einmal der internet der andere auf dem tisch liegen schon sage ich bin ja kommt auf mal das zeug ja frag mal mit ali ob ich musik anmachen soll soll ich musik anmachen fragt den wenn ich will sagt 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 dem bilder wir gehen kurz meine youtube warte kommt er wisst ihr wie die heißt so wir machen jetzt alle ohne ones kleiner bastard ein halter noch besser wasser wie du wirst das hä salim kann kürzeln machen sein sei mal sein teil weil der boot schon der bestätigt kommen wir zum tag schießt einfach und offene ich habe extra gemacht damit wir gleich leben haben ihr meint habe ich extra gemacht ich sage mal hi nein ich war mit dem pitch also kondacki 32 hatte ich sag guck jetzt guckst du mir zu dacke das kurz da muss mir zugucken ok seit guck er wird zu bearbeiten kinder fast danke hey dieser hier ist doch hier komm arbeite du sagst du diesen headshot gesehen was er macht alter er sagt ich erwarte mein boot kommt zurück du gestörter kam also wohnung kam er juckt mich aber nicht also der bekommt dicke dacke jetzt aufzubauen okay bitte der schreibt das hier wird aufeinander genommen ja okay komm es geht los komm rein normal du armada gedenk nicht kurz habe ich guck jetzt warum brauchst du du kleiner ehrenlose ja warum so cool warum so cool hat alle wörter von mir dicker dich macht so ein fucking side jump komm runter fuck mich nicht ab kopf hast du gesehen diesen trick dann habe ich selber erfunden ich schwöre sogar er ist doch so ducky was nicht der trick ist es richtig zeigen guck hier du musst halt eben nur hink wieder hochkommen danke dann dass du die blöcke aktiviert ja wahrscheinlich digga warte ich bin ne kurzes spiel welche sense shop ja ducky wird ihn noch mehr auseinander moe mit alle hat geschrieben ducky wird noch mal auseinander genommen sagt war das besser als du da kinder du aber denkt nicht wer wird das gegen mich kämpfen sein darf also 32 1 halt deine fressen bitte es geht einfach für alle los ja nein zwei gegen zwei zum kopf weiter und ich sage es geht jetzt für alle diese hitz schmecken schon schmackhaft nöder key say wala eingeschüssen dacke hallo nur mit halsbau dacke so ich dir sie wie verboten hier hat deine frisse lieber alle schreit dacke ist ein noob wie ich der meint als moment alle meinte dass er ein noob ist wie moment ali er hat mich besser auf sozialen content zu dir nein ich hab alle sitzen du armer warum gg sagt du direkt gg alter deutscher hatte spaß dacke der meinte schwarz zeitjahr gar nicht oder was denn das war ich hab dich gar nicht mal gesehen ich hab dich schon gesehen aber nicht so gut da geht es gut da geht es gut da geht es gut da geht es ja ich wusste nachladen das geht so in sind mir eine 10 ap 10 ap das schwächen ich denke ich habe ich einfach sieben leute aneinander geschafft was da los und und gar nicht als wir auch haare Opfer der Arbeiter t Wen? Den? Also wen soll ich mit vorne töten? Hundertdreißiger Headshot! Hundertdreißiger Headshot! Hundertdreißiger Headshot! Ja, ich musste nicht mit vorne töten. Ich hab mich mal an die Falle geblasen und der sagt, du regst auf mit deinen Fallen. Du Arma, du sagst, das ist mein bestätigt, was ist Spaß, Bruder. Ich liebe dich, du weißt das noch. Ja! Was? Nein! Geh mich dann! Nein! Geh doch mit denen, Alter! Arma, ich geh nicht. Ich schwöre, ich geh nicht. Mach doch mal eine Pause, Junge! Mach eine Pause, Arma! Weil ich jetzt kein Bock habe! Heute aber nicht! Was hast du mir aus dem Kopf? Hast du mal gesehen, für den ich habe? Sonst hätte ich den Hitmarker gehört, Junge! Ich hatte 6 HP, wie soll das gehen? Ich gehe das wieder auf dem Kopf! Ich gehe das auf dem Kopf hast! Find die SkyBase! Er ist nicht auf den Kopf! Er ist die SkyBase! du wohnen sohn ehrenloser wasser komm her ich krieg dich aus party okay dann spiel ich nie wieder mit dir denn dann in der länder ich pass als man da kommt spaß nix nix alles gut nix nix naja lass dich töten auf ihre lass dich töten auf ihren mann hier ist so lang gemacht habe weiter ja ja der klassisch töten ich dachte ich dachte es korrekt ja und du machst mir nicht nach ne nein ja du hast ja und der von mir das ist noch nie gesagt habe ich jetzt einmal in berlin gesagt dann hat er hat der das auch gesagt hä hecker hecker ich bin hacker guckle ich habe mich irgendwie dadurch gebockt da gibt es genau was bin ich party nein dacke profi lvp spaß ich habe dieses ase bei von zahlen nein ja da habe ich jetzt halt eben von dir und dann geht das halt eben von mir ja 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 er hat ja noch nie abputzungen nein ja das kriegt ja ich glaube schon so viel erde habe hat bestimmt links getötet 4 4 sein oder er wird konten die hat habe ich dachte mit falle getötet vor seit jahren wollte ich schon diesen weg den ich hier wo seid ihr immer artiger pavatsch zu bieten gut als fallers geben in a lot sing das zahlen kann nicht streams leiten ich bin serbischer singer ich habe den schreiber gesagt der schöne asika kein ist die bitte den könig von dacke geht mir du ehrenmann digga ich bin kaputt was verstehst du nicht daran nein warum spielt richtig scheiß drauf kommt und den schräg fühlt sich die ein kleiner ehrenloser digga was sie bogen junge zu gestört nein nein ich das bogen komm her ich hätte ich nicht heute kommt runter siehst du diese revolver guck warte hier gleich schießt neben dir ja es ist auch exklusiv sorry dankes hallo ich ich schätze ich 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 die genuss mich einfach ja digga du bist richtig anlegen und ein bomb und eine bambus leitung bist du auch weg geflogen nein geht's los ich mach nix ja hallo nein digga internet ich salen salen fattel lotter appartieren Ah! Der schlägt mich. Lade doch einfach Party ein. Ganz ruhig. Warum? Sorry. Nein! Du hast mir ein Headshot gegeben, oder? Klipp, das schickt mir. Oha! Ehrenmann! Danke, du kleiner scheiß ehrenloser Bastard, alter. Nix! Ich hab das nur so gesagt. Nix! Was? Ich will es einfach nur sagen. Hä? Salem! Pst! Salem! Sorry, war doch sorry. Salem? Was? Was? So. Sorry, noch. Huah! Tobi! Tobi! Hei! Äh der Mutter! Ja! Hat mich grad zuguckt. Ja, du ehrenloser Daki. Ah, hi Salam. Ja, zum Glück. Tschö. Zum Glück hat er verlassen. Spaß. Oha. Spaß. Du auch, Bruder. Wie geht's, Salam? Alles Salam. Ich verkack immer den dritten ein. Das regt mich so auf. Okay, nee, ich habe aber manchmal. Bruder, ich habe gerade zu viel gepflegt. Meine Hände sind so weh. Ich habe gerade zu viel gepflegt. Guck, guck mal, ist schön. Dann geht's auch gut. Ja, höchst du höchst, oder? Huh? er scheint einfach machine den bauern die ganze zeit guckt dass der mir angucken in der stream kurz ein kölz warte mal kurz Geht zu, Digga! Sag! Wer hat? Zeig! Guck mal! Guck, guuck! Aber ich hab verlassen! Ich hab kein Foto gemacht! Ich check hier mein Video! OP! Warte ey! Zeig mal deinen Lobby! Zeig mal deinen Lobby! Ich find nicht das mal ein Lobby! Ich hab verlassen! Da steht unten links wer beigetreten ist! Zeig mal unten links! mit zahlen mit zu mitspielen ich lade mal geht es ein wer ist das makro gamer kenne ich nicht als optiker meine wässer spiegel bau hier schon zu schlechten bau und zahlen schreibt ich bin der maschinenbau wahrscheinlich ich mache jetzt meine schädlichkeit auf 2000 digga beim bauen hier ja aber wir sind kreativ warte ja warum wird so hin geht doch einfach alleine ich bin kaputt ja ja ich bin gleich viel weiter er hat macht was du mein ich bin dafür zu fortgleich juckt fieler dies hintereinander ich bin doch leicht ich kann das stechen ja letztes mal ein zuschauen klan vielleicht wunderten dafür steht kommt zwei drei neidiger 1 2 3 4 ja 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ey fett sack 1 ich kann nicht bearbeiten ey jetzt kurz er geht es auf jetzt einen eigenen trick ne und du den kannst anbauen müsst ihr der best spiele er leute wünschen wenn ich meinen eigenen trick zeigen soll dann schreibt mal zeigt da gibt es keine roderin zahne ja du weißt bescheid diese 3 zu krass wir schreiten jetzt auch als zahlen soll ich mein trick zeigen ja komm dann zu mir ja komm mal kurz rein ja ich glaube ich kann einfach noch nicht bearbeiten hier zu schneider sogar zu guck du machst so da machst du so dann so 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 und dann so ja kannst du okay dann ist ja nicht meine ja warte schlief aus dem hügel wir jagen nieder scheinen dreimal werden war du siehst wie schnell es geht mein hype ist da doch meist ist viel zu mies und ich schieße auf alle hüter denn sie reden viel zu viel aber alles nur galalala aus dem hügel aus dem hügel die 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 und jetzt ein Stress anfangen so der kommt der Buster Heidaki ist auch drin ich kicke den ja warte doch was haben wir liebst du? ja er wird geta geblockt alter ich weiß nicht ich weiß nicht mit spaß schenkt mich zumal und ich von das creative wurde eine ganze Zeit creative gespielt ich weiß nicht die beste Rappen Kappa ganz groß Kappa bam bam mache alles für die Family du weißt und wenn dein Rap wird die Lagi zu weiß den scheiß denn ich bringe ist mein HB HB seit Tag inzwischen immer nur mein HB HB heute ist mein Beruf auf dem Bett mein HB HB ich bin da wie gesagt für dich alles wurde erbarm ich bin schon seit einer Stunde im stream das war's ja wieder komplett ruf die dann egal habe ich habe es jetzt ich muss erst mal heute mein part mein part kommt gleich hey kann der deutsch ich bin was bist du nsc ein mädchen ach so schön bitte mit uns spiel ich bin grad ein youtube allerdings du bist gerade also man hört sich ne ich muss das egal ich bin gerade ein livestream deswegen das schlimm ist dann stundig einfach du bist eine sie ja schade ich bin der beste kommt alle spielzeit kommt alle spielzeit aber leute ich muss ich muss natürlich bisschen sehen dass wieder meine stimme herstellen ja ja ich habe ich hab gerade mein voller von meinem bruder alle geld ausgegeben und so war ich das wenn ich hier bringen ist mein habe er Ich bin da, wie gesagt, weg ist alles wohl da barf. Ich schätze nicht, wenn ich es mein habe, habe. Ich bin da, wie gesagt, weg ist alles wohl da barf. Ich schätze nicht, wenn ich es mein habe, habe. Wer ist gerade? Hey, der spricht, er spricht. Hallo? Hallo, hallo, du kannst Deutsch sprechen. Hallo, hallo, du kannst Deutsch sprechen. Hallo? Ich habe Galaxys skin. Das ist nicht Galaxys, das ist eine kleine, diese ist eine kleine. Ich will eine Galaxys skin. Ich habe Galaxys skin. Ich habe Galaxys skin. Ich habe. Gib sie steht. Ich kann... German? Was? Kannst du Deutsch sprechen? Nein, ich kann nicht. Okay, okay. Ich habe eine Frage. Ja, du hast es nicht. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Ist es nicht so. Aha. Ne, K.O. Warum sagst du mal K.O, Alter? K.O. Hey, warum tippe ich das? Der hat mich gefühlt. Der hat mich gefühlt. Jo, ich geh den. K.O. Ich habe zwei Pumps. Oh, mein Gott. Kannst du... Oh, mein Gott. Uppel... 6... Kannst du... Bei dir? Wo? Kannst du auch eine Karte holen? Nein. Was geht denn? Was geht denn? Nein. Huch? Noch einer. Noch einer. Wohne eine. Wohne eine. Wohne eine. Hey, ich bin gut. Nein. Wohne eine... Nein. 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 Sorry, Salom. Help me, help me. Ich weiß nicht. Warte, warte. Warte, warte. Ich weiß nicht. Komm her, Salom. Schau dir zu, Salom. Huh? Ja, Mann. Er ist es, Mann. Der hat mich. Nein. Ich weiß nicht das... Ich weiß nicht,ich f nelle Hunde. Oh sorry bro, problemas nicht. Sorry bro. She geht mit mir ja ich bin von unten gekommen Du bist da, jetzt bin ich schon vor Gibt Leute, die gar nicht geglaubt haben, dass dieser Beru jetzt endlich der Baum war Doch ich gebe ein Blick auf alle Hände, ja wir wissen, meine Wunsch war denn schon immer kein Traum Ich hab den, den ich herbringe, ist mein Habe, Habe Sein Allgeist war schon immer nur mein Habe, Habe Und jedes ist mein Beruf, doch bleibt mein Habe, Habe Und da, wie gesagt, krieg ich alles, wo der Baum Ich hab den, den ich herbringe, ist mein Habe, Habe Ich hab den, den ich herbringe, ist mein Habe, Habe Ich hab den, den ich herbringe, das ist mein Habe Und da, wie gesagt, krieg ich alles, wo der Baum Warte mal, ich muss hier etwas runterladen Und das Internet Machen wir alles für die Family device Ja, klar. Kommt, Terrah. Heidelte Terrah. Hello, hello? hallo 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 you can speak German Milan you can speak German hallo 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 geht es erst mal Ehrenmann er ist der Schleifstream beenden in der Tür